Changement. Herzlich Willkommen bei unserem Detail. Hier noch einmal das Changement von Sophie. Du beginnst in einem sehr tiefen Plie. Die Sohlen sind ganz am Boden, auch die Fersen. Und von dieser dritten oder fünften Fußposition springst du dann in die Luft. Dabei öffnen sich die Füße nur gering, dass die Fersen gerade aneinander bekommen. Möglichst in der Luft schon wieder überkreuzen und mit einem schönen tiefen Plie landen. Das kann man natürlich auch hinterher machen. Und hier ist ein Strecken dabei. Wir zeigen es gleich noch mal in der Originalfassung. Und jetzt geht's los. Ein Changement. Wenn du weitere Fragen hast oder ein persönliches Coaching Marks, melde dich www.ballett.ro